Ja, hallo, ich begrüße Sie zu einem Let's Play Wortspiel, Fortsetzung des letzten Wortspiels. Da fehlt mir nur ein Wort und ich habe gerade zweimal Werbung gemacht, oder viermal Werbung, fünfmal Werbung, um mir dann Buchstaben zu kaufen. Und habe jetzt also 128, ich brauche jetzt nur einen zweiten Buchstaben, um das Wort hier zu lösen. Und ich komme nicht weiter. Irgendwann wird mit G, aber gut, machen wir das zweite Buchstabe. Und GE, da brauche ich nur einen dritten. D, D. D, 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 D Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was ist das jetzt? Das wollte ich ja gar nicht haben. Wieso kann ich den Chat jetzt hier nicht abbrechen? Ich möchte den Chat nicht hören und auch nicht sehen. Okay. 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 Was ist denn Chat an? Was ist denn Chat an? Wie heißt das Wort? Chat an? Kenne ich nicht. Chat an. Okay. Okay. Okay.